Wir kommen zum vierten Kapitel zur Geometrie. Ich hatte eingangs bereits erwähnt, dass sich im Papyrus des Ames unter anderem Probleme finden, die man mit Feldvermessung und Projektierung von Gebäuden in Verbindung bringen kann. Ersteres ist wichtig, weil die regelmäßige Nilschwemm beständig die Neuverteilung von Feldern erforderlich gemacht hat. Rechts sehen Sie den Palermo-Stein, auf dem die ältesten dokumentierten Wasserstände des Nils zu finden sind. Das ist schon aus der frühdynastischen Zeit. Und das Zweite ist natürlich, dass man sich bei der Errichtung so imposanter Gebäude wie der Pyramiden wohl auch ein Stück weit auf die Mathematik verlassen musste. Anders kann man sich das ja kaum vorstellen. Man muss aber andererseits auch sagen, dass sich schon die antike Geschichtsschreibung etwas uneins war, inwiefern für das Mittlere Reich dokumentierte Ägyptische Geometrie wirklich nur aus praktischen Zwecken entstanden ist oder auch als so intellektuelle Herausforderung um ihrer selbst betrieben wurde. Der antike Streit ist hier zwischen Herodon, berühmter erster Geschichtsschreiber. Der ist davon ausgegangen, dass wirklich die ägyptische Geometrie nur aus der Notwendigkeit der Landvermessung und dieser Gebäude entstanden ist. Andererseits hat Aristoteles behauptet, die ägyptische Geometrie wäre entstanden im Wesentlichen als Freizeitbeschäftigung vor allem der müßig gehenden Priesterklasse. Das klingt jetzt so böse, aber in gewisser Weise, wenn Sie an sowas denken wie humboldtsches Bildungsideal, kann man sagen, das eine war mehr geschätzt. Also insbesondere bei den Griechen werden wir noch sehen, diese praktische Mathematik, die ist da teilweise gar nicht so geschätzt, sondern die Geometrie, die so als intellektueller Spaß betrieben wird, das ist eigentlich so das höchste Gut. Und jetzt ist eben die Frage, war es das eine oder war es das andere? Man kann für beides Belege finden und die Frage ist letzten Endes nicht vollständig entschieden. Was man sagen kann ist, was ist denn jetzt auf dem Papyrusrind zum Beispiel drauf? Da haben wir auf jeden Fall mal die Bestimmung des Verhältnisses von Basis, Höhe und Neigung in Dreiecken. Die wird auch SEQUET oder SQD genannt. Für abgeschrägte Strukturen wird das verwendet. Naja, könnten wir jetzt vielleicht mal an die Pyramiden denken und könnten ahnen, dass das vielleicht sowas ähnliches wie ein Sinus ist. Werden wir uns gleich noch mal anschauen. Dann finden sie auf dem Papyrusrind die Flächeninhalte von Rechteck, ja jetzt vom, wir würden sagen rechtwinkligen Dreieck, das geht aber aus der Darstellung nicht so klar hervor und der Flächeninhalt vom Trapez, wobei man da auch noch etwas genauer hinschauen muss. Es gibt auch eine Näherung für den Kreis. Die müssen wir uns auch noch genauer anschauen. Also Pi, das Pi gekannt wurde im alten Ägypten, das ist auch wieder ein Gerücht. Es gibt dann im neuen Reich diverse Fundstellen für landvermesserische Aktivitäten, insbesondere in der Garpstätte von Theben und da gibt es noch einen zweiten Papyrus, den Papyrus Harragee. Was auch noch im Papyrusrind selbst ist, sind die Volumina von Quadern und Zylindern. Es gibt auf dem Papyrus Moskau die Berechnung eines Pyramidenstumps und dann gibt es noch so auf dem Papyrus Moskau die Oberfläche eines Korbs wird da bestimmt und da geht man davon aus, dass der Korb die Form einer Halbkugel hat. Die berühmte rutschende Leiter, die wir ja schon sehr früh bei den Babyloniern gesehen haben und der Satz von Pythagoras, die können wir tatsächlich erst im Papyrus Kairo nachweisen, also erst in der griechisch-römischen Zeit. Dass also ägyptische Seilspanner mit drei, vier, fünf da irgendwie einen rechten Winkel abgesteckt haben, das ist für diese Kultur nicht belegt. Wir werden aber sehen, dass man das belegen kann für eine andere Kultur, nämlich in Südamerika. Aber da will ich jetzt mal gar nichts spoilern. So, aber jetzt schauen wir mal in einzelne Quellen rein. Wir fangen mal an mit dieser Dreiecksfläche. Hier habe ich das mal herangesoomt, einfach direkt aus dem Papyrus die Abbildung und dann haben sie hier auch die Umschreibung oder haben das zumindest so schwarz-weiß gemacht aus dem Buch von Pichot und hier steht folgende Übersetzung dabei. Wenn man uns sagt oder dir sagt ein Dreieck mit Meret, was könnte Seite oder Höhe bedeuten? Zehn Kett, ein Längenmaß und Basis vier Kett, noch ein Längenmaß, welches ist die Fläche? Dafür gibt es jetzt, sagen wir mal, das meint wirklich Höhe oder Höhe und Seite, meint dasselbe, dann könnten wir das so interpretieren. Okay, wir haben hier etwas, das hat zehn und dann haben wir einen rechten Winkel und dann haben wir vier. Was ist die Fläche? Die Fläche ist 20 Setat. Würden Sie wahrscheinlich gar nicht protestieren. Wie wird das gerechnet? Nimm ein Halb von vier, das ist zwei, um es rechteckig zu machen. Was ist hier gemeint? Wir nehmen nur die Hälfte von vier, dann, wenn das gut gezeichnet wäre, wäre das ja so, dass hier, sehen Sie das? Hier entsteht jetzt ein Rechteck und jetzt können wir aber dieses Dreieck, was hier unten ist, hier oben hinschieben und dann entsteht insgesamt ein Rechteck. Multipliziere zehn mal zwei. Zwei ist ja die Hälfte von der vier. Das ist die Fläche. Also ist hier sogar, wenn Sie so wollen, eine Begründung dafür angegeben, warum das die Fläche ist. Gewisse Unklarheit, Seitehöhe, wenn das jetzt irgendein Dreieck wäre, jetzt habe ich schlecht gezeichnet, sieht wieder rechtwinklig aus, wo wir vier hätten und diese Seite wäre zehn, dann wird das natürlich nicht so ganz stimmen, weil die Höhe wäre dann ja kürzer als zehn. Also würden wir die Fläche etwas überschätzen. Wenn wir davon ausgehen, dass das irgendwie rechtwinklig sein soll, was man aber anhand dieses Bildes jetzt nicht wirkliche verifizieren kann, weil weder dieser Winkel noch dieser Winkel sind exakt rechtwinklig. Dann hätten wir eine exakte Formel, sonst müssen wir davon ausgehen, es gab vielleicht nur eine Nährungsformel. Zweite Aufgabe, direkt darunter, Aufgabe 52, das abgeschnittene Dreieck. Also wir haben ein Land von 20 Kett, das wieder mehret, also Seitehöhe oder Höhe, 6 Kett hat, 4 Kett abgeschnittene Seite. Ja, hm, okay. Also sagen wir mal, das hat 20 Kett und das wäre jetzt wieder wirklich eine echte Höhe. Dann hätten wir hier unten einen rechten Winkel und dann hätten wir hier 6 Kett. So, jetzt ist das ein abgeschnittenes Dreieck. Man stellt sich das quasi so vor, ja, das geht hier oben noch so weiter. So, jetzt kommt das Dreieck hier runter, bis hier an den 6er Punkt und hier oben ist das abgeschnittenes Dreieck. Und wenn wir jetzt auch wieder voraussetzen, dass das hier brav gerade abgeschnitten ist und wir hier 4 haben und wieder einen rechten Winkel, dann hätten wir hier ein Trapez. Das wäre ein Trapez und zwar nicht irgendeins, sondern ein rechtwinkliges Trapez. Unterstellen wir mal, dass das alles stimmt, obwohl Sie auch hier wieder sagen müssen, naja, ob da hier überall rechte Winkel sind, das schaut mir eigentlich nicht so aus. Wenn Sie sagen, da sind nicht wirklich rechte Winkel und es sind nur diese zwei Seiten parallel, dann hätten Sie zwar immer noch ein Trapez, aber eben kein rechtwinkliges. Und dann geht das, was wir hier haben, wieder von einer exakten Formel, die das für ein rechtwinkliges Trapez ist, was wir gleich sehen werden, über in eine Nährungsformel für allgemeine Trapeze. Aber schauen wir mal. Welches ist seine Fläche? Addiere die Basis, 6 und die abgeschnittene Seite, das ist 10. Ich mache das jetzt auch mal grafisch und lege die 4 hier nährungsweise unten wieder an. Ich mache die Hälfte von 10, es ist 5. So, jetzt mache ich aber noch was anderes. Ich zeichne Ihnen hier die 6 auch wieder noch dazu. So, also hier wäre nochmal die 6, das steht zwar im Text nicht, aber das mache ich einfach mal. Jetzt nehme ich die Hälfte, das ist 5, sagen wir mal, das ist ungefähr hier. So, die 5 gehen wir hier runter. So, ja, um es rechteckig zu machen. Jetzt wird also wieder über diese Fläche hier geredet, die entsteht, wenn ich das kleine Dreieck, was ich da habe, hier oben reinlege. Mach die Multiplikation 20 mal 5. 20 ist die eine Seite, 5 die andere. Das Ergebnis ist 10. Da sagt der Pichot, Tippfehler, das muss eigentlich 100 heißen. Und dann hätten wir die Fläche. Also, wenn wir davon ausgehen, dass hier stillschweigend vorausgesetzt wurde, dass das Trapez rechtwinklig ist, was man wieder anhand der Skizze nicht unbedingt verifizieren kann, dann hätten wir eine exakte Formel. Ansonsten hätten wir aber wieder eine Näherungsformel, weil wenn ich jetzt mal irgendein Trapez hinmale mit 4 und 6, hier ist die 4, da geht das so runter, dann stimmt das wieder nur näherungsweise, weil wenn Sie da eine Seite sich aussuchen, also diese hier oder diese hier, eine von den beiden, die ist natürlich wieder, wenn die jetzt hier 20 lang wäre, dann ist das wieder so, dass die Höhe eigentlich ein Stück kürzer ist. Sie überschätzen also für ein allgemeines Trapez wieder die Fläche verglichen mit diesem rechtwinkligen Trapez. Wir kommen zur Frage, wie sich das jetzt eigentlich mit dem Pi verhält. Und dafür brauchen wir diese Darstellung. Ich schreibe uns die jetzt mal wieder europäisch auf. Eine Erklärung für diese Skizze ist, dass man hier versucht hat, die Kreisfläche zu nähern. Dadurch, dass man einen Kreis einbeschrieben hat, gewissermaßen hier reingeschrieben in ein Quadrat. Konsistent wäre das jedenfalls hiermit. Hier wird gerechnet, 9 mal 9 ist 81. Wo kommt das 9 mal 9 her? Zwei mögliche Erklärungen. Auf jeden Fall malen wir mal ein Quadrat. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen quadratisch hin. So, also wenn so ein Quadrat als Seitenlänge die 9 hat, dann ist dessen Fläche ja wohl 81. Aber man könnte das auch noch anders machen. Man könnte ja sagen, wir teilen das mal in so Drittel ein. So, ich mache das jetzt so ein bisschen Pi mal Daumen. So, also sagen wir mal, wir teilen das in lauter so Felder ein. Dann hat jedes dieser Felder auch den Flächeninhalt 9. So, und jetzt kommt die Nährungsidee, ist zu sagen, okay, hier oben, das sieht ja so aus, als wäre das hier so halbiert. Also wird da eigentlich, wird jetzt noch etwas Zweites berechnet. Hier hätte ich auf jeden Fall 5 mal die 9 innen. Und hier habe ich jetzt die beiden zusammen ergeben, 9 und die beiden zusammen. Also plus noch 2 mal 9, das wäre 7 mal 9 ist 63. Tja, weil hier wird eigentlich gerechnet, 8 mal 8 ist 64 und nicht 7 mal 9 ist 63. So, jetzt ist eine Argumentation, naja, die wollten halt mit den ungeraden Zahlen nicht unbedingt rechnen. Andere Interpretation, naja, wenn ich da jetzt wirklich einen Kreis reingebe, dann geht der ja teilweise auch eher so hier oben drüber. Also ist vielleicht eh ganz gut, wenn ich da mal einen mehr von nehme. So, aber okay, sagen wir mal, wir haben jetzt hier unsere Nährung 64 geteilt durch 81. 64,81 der Fläche von dem Quadrat. Was hat das Quadrat für eine Fläche? Das Quadrat hat natürlich als Fläche diese Länge, die wir auch mal den Durchmesser nennen können, zum Quadrat. Also wäre jetzt unsere Nährung hier 64,81 des Durchmessers zum Quadrat, wäre die Kreisfläche. So, jetzt müssen wir mal rauskriegen, was haben wir eigentlich für eine Kreisflächenformel exakt? Also wir würden ja wahrscheinlich sagen, naja, die Kreisfläche, das ist halt Pi R Quadrat. So, Pi R Quadrat, wenn wir da jetzt noch mit dem Durchmesser reingehen, dann haben wir also Pi mal Durchmesser halbe in Klammern zum Quadrat. Also haben wir da eigentlich stehen, Pi geteilt durch 4 Durchmesser zum Quadrat. Also wäre, wenn wir das jetzt mit Koeffizientenvergleich hier anfangen, würden wir sagen, okay, Pi Viertel ist gleich 64 geteilt durch 81. So, da können wir vielleicht noch ein bisschen was rechnen. Also nehmen wir die ganze Schose mal mal 4, dann haben wir da stehen, Pi ist gleich 4 mal 64 geteilt durch 81. Das müssen wir jetzt noch ausrechnen. Das werde ich mal eben machen. Das wären dann 256 geteilt durch 81. Und wenn Sie das in den Taschenrechner eingeben, dann kommt da ungefähr raus 3,1605. So, das ist noch nicht so gut wie dieser babylonische Nährungswert, den wir gesehen haben. Aber wie gesagt, also mit dieser Darstellung da, ob das schon die Lösung ist. Es gibt noch eine andere Erklärung, wo man dann sagt, naja, eigentlich ist da ein Quadrat gegeben und da geht so außen was raus. Und dieses außen rausgehende ergibt dann die Rechnung, die auf 8 mal 8 führt. Aber auf jeden Fall wäre das, wenn überhaupt, im Mittleren Reich quasi der einzige dokumentierte Wert, den man irgendwie mit Pi in Verbindung bringen könnte, dieses 3,16. Und das nur aufgrund dieser einzigen Zeichnung. Also in keinem anderen Sinne haben die vor der griechisch-römischen Zeit Pi gekannt. Beziehungsweise es ist jedenfalls kein Dokument überliefert, das das klären würde. Letztes Beispiel Papyrus Rind, Aufgabe 56, Berechnung einer Pyramide. 360 Ellen in der Grundseite, 250 Ellen in der Höhe. Wissen möchte man ihren Seekett. Was ist der Seekett? Also links sehen Sie jetzt die Pyramide abgebildet und rechts sehen Sie nochmal den Seekett. Der Seekett sagt, auf die Höhe von einer Elle, wie groß ist die Neigung dieses Steigungsdreiecks. Wenn wir das jetzt in unsere Begriffe fassen würden, würden Sie sagen, die Länge, die da Seekett ist, wenn ich die auf eine Elle Höhe beziehe, das ist ja dann quasi Ankathete. Das Verhältnis von Ankathete geteilt durch Gegenkathete des Winkels, der hier unten an der Ecke sitzen würde. Ja, Ankathete durch Gegenkathete ist heute nicht mehr so gebräuchlich. Das wäre quasi der Kotangenz. Also der Seekett ist gewissermaßen der Kotangenz. Schauen wir mal, ob das von der Rechnerei hinhaut. Nimm ein Halb von 360. Jetzt müssen wir wieder in dem Bild von der Pyramide denken. Ja, sehen Sie, das ist jetzt dieses, was da so mit Waben hervorgehoben wird. Man nimmt tatsächlich, wenn man die Pyramide als gleichseitiges Dreieck da den Schnitt sich vorstellt, dann hätte man ja in der Tat, wenn man da die Höhe hereinzeichnet, so ein rechtwinkliges Dreieck und die untere, die Ankathete an diesen Außenwinkel wäre dann tatsächlich 180. Rechne mit 250, um 180 zu erhalten. Was bedeutet das? Das bedeutet, es ist hier dividiert worden, die 180, also diese Basislänge, geteilt durch die Höhe. Genau wie ich das gesagt habe, da kommt jetzt als Verhältnis dann das raus, was pro Elle die Neigung da seitlich ist, was wir den Kotangenz nennen würden und was hier Seekett heißt. Und da kommt raus ein Halb plus ein Fünftel plus ein Fünfzigstel. So müsste man jetzt ausrechnen und kontrollieren. Das ist wieder die Übung für Sie, um zu schauen, ist das denn das, was der Kotangenz ist. Und wenn Ihr Taschenrechner keinen Kotangenz hat, Tangenz nehmen und dann eins durchrechnen. Also sieht man, jetzt haben die hier scheinbar auch ein Maß gehabt für den Kotangenz, also eine Winkelfunktion, wenn man so will. Die machen allerdings noch eine Sache, weil hier Brüche, das ist alles nicht so schön, können wir auf eine kleinere Einheit gehen. Und wenn wir Ellen haben, dann sagt man, eine Elle hat sieben Handbreiten. Das sind jetzt spezielle Ellen, nämlich die göttliche Elle, die hat sieben Handbreiten. Da ist auch auf der Seite so ein nicht ganz historisch korrektes Bild aus dem Buch von Herrn Reimer. Also die königliche Elle, die hat sieben Handbreiten. Die menschliche, normale Elle hat nur sechs Handbreiten. Können Sie auch zu Hause mal ausprobieren. Wenn Sie die Breite Ihrer Hand nehmen, passt die ziemlich genau sechsmal in Ihre Elle rein. Aber hier beim Horus, der hat halt besonders lange Finger, der kriegt das mit sieben multipliziert. Und wenn Sie jetzt sieben multiplizieren mit ein Halb, ein Fünftel, ein Fünfzigstel, dann erhalten Sie fünf Fünfundzwanzigstel. Und das nennt man dann den Seekett, weil der Seekett eben bezogen auf die Elle in der nächst kleineren Einheit Handbreiten angegeben wird. Damit sind wir auch am Ende dieses Kapitels angelangt. Sie dürfen noch mal mitraten, was sich an Wegmarken hier im Video unten versteckt haben könnte.